Der Wiesensee ist ein 1971 aufgestauter, künstlich angelegter See im Westerwald. Der See ist ca. 80 Hektar groß und liegt im Westerwaldkreis auf dem Gebiet der Orte Stahlhofen. Stahlhofen liegt am westlichen Seeufer und Pottum, das am nordöstlichen Seeufer liegt. Der See ist größtenteils für die Freizeitnutzung freigegeben. Nur ein kleiner Bereich im Südosten mit Zufluss gehört zum Naturschutzgebiet Seebachtal. Zuflüsse des Sees sind der Hüttenbach und der Seebach. Es macht Freude, einmal den See zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zu umrunden. Die Strecke beträgt etwa 6,5 Kilometer und ist natürlich deshalb leicht zu schaffen. Die Wege rund um den See herum sind völlig eben. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020